Du weißt jetzt, wisst ihr wie das klingt? Klingt ein bisschen beschissen im Augenblick, aber es war auch wurscht. Ein Bett im Kohlpein, das schießt die Kohlpein, der ist im Sommer. Und wenn sie schon mal dabei, die Grillen sind, und es dürft nicht auf Feuer. Singen wir gleich, ja? Gut, meine derzeitige Single, und deswegen bin ich hier, heißt, das ist der Moment. Nimmst du die mal? Ich bin doch gar nicht ausgeschlafen. Das wird der neue Partytitel für Mallorca in diesem Jahr, jetzt kannst du es spielen. Jetzt wisst ihr, was auf Mallorca in diesem Jahr laufen wird. Und ich unterschreibe, wie Sie sehen, alles, was mit dieser Single zu tun hat. Warte mal, du kriegst sofort jetzt wieder... Was wollt ihr noch mal hören? Was kann ich noch mal singen? Ich baue dir ein Schloss in Kahnfeld. Was wollt ihr zuerst? Schloss oder Kahnfeld? Schloss? Zuerst, ja? Was? Wie hieß denn der Titel noch? Der deinen Namen trägt... Ach, du meinst jetzt... Das ist ja nicht mein Song. Ich bin so zu verwirrt. Ja, das ist mein Spaß, ich weiß. Einen Stern, der deinen Namen trägt... Genau das. Das war Nick P. Habt ihr die neue Single mal gehört von Nick P? Die ist sehr toll, die ist ganz toll. Die finde ich selber gut. Ich bin nicht unbedingt der Schlager-Fanatiker. Finde ich richtig gut. Gut, mach mal. Zieh mir nicht am Hemd, dort stehe ich gleich nackig da. An dem Hemd ist auch meine Unterhose befestigt. So. Ich kenne dich nämlich schon. Du hast mich schon mal ganz ausgezogen. Vor allen Leuten. Seitdem bin ich ganz unten durch. So, warte mal. Ich schreibe das zu Ende und dann machen wir das Schloss. Was? Ja, zu kurz, zu kurz, zu kurz. Wer kennt dich? Es gibt ein Duett zwischen den Pudis. Mal.